In diesem Video bewerte ich eure Brawl Stars Accounts und wenn ihr auch mal bewertet werden wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar mit eurem Namen, eurem Club und eurer Pokalanzahl. Und jetzt viel Spaß. Kurz vorab noch, das Video ist in zwei Teile geteilt, das ist der erste und Mortal Kombat der zweite. Der erste Account ist Aras Tool und hat 19.266 Trophäen. Er hat eine 13er Serie Serie, er hat 2150 3-3 Serie, was auf jeden Fall auch nicht schlecht ist. Und 62 Brawler. Wir schauen mal, okay. Sandy hat er wirklich mit weißen Trophäen auf 630 und wir gehen mal durch. Ja, also er hat ziemlich viele Low Brawler, die muss er natürlich noch hochpushen. Also er hat richtig viel Potenzial, weil er halt zu viele Trophäen hat. Wenn er die alle auf 500 macht, ist er auf jeden Fall gut dabei und der Account kriegt von mir eine, ja sagen wir eine 3-. Weil ist der nächste und hat 58 Brawler und 16.000 Trophäen. 1.003-3-Siege, 28 Versieds Serie, Max. Und wir gehen mal auf die Brawler. 1660er Siege des Serie, Max. Richtig heftig auf jeden Fall. Hat alle Brawler und sogar wirklich eine 31er, Larry und Laurie. Sonst auf jeden Fall auch noch viele 30er, muss man echt sagen, richtig krass. 28er, richtig viele, sehr sehr heftige Account, muss ich echt sagen. Und der niedrigste Brawler hat einfach 850 Trophäen. Geisteskranker Account. Und von mir kriegt der eine 1, würde ich sagen. Die fällt mir richtig gut, die G auf jeden Fall. Der nächste ist Rage und hat 51.280 Trophäen. Er hat eine 32er Siegesserie, Max hat fast 6.3 bis 3 Siege, auf jeden Fall auch noch ein paar Solo- und Duo-Siege, richtig krass. Er hat alle Brawler und wir schauen jetzt mal, okay krass auf jeden Fall. Er hat wirklich Shelly 31, hat hier auf jeden Fall auch ordentlich grüne Ränge am Start. Richtig viele, 800er auch, sehr sehr nice. Wir schauen mal nach unten. Ja okay, er hat keinen unter 600, ist auch ein sehr guter Account. Und kriegt von mir eine 2 Plus auf jeden Fall. Der nächste ist Elias und hat 23.700 Trophäen. Ja er hat 1.300-3 Siege, 1.000 Duo-Siege. 1.300-Siege-Serie Max und alle Brawler. Okay, er hat auf jeden Fall auch hier ein 800er fast. Edgar auch auf 800, 750er Kit und auch 57er Larry und Larry fast. Er hat hier natürlich noch einiges an Potenzial, aber er kriegt von mir eine 3, weil er halt eben ein 800er hat. Auf jeden Fall auch ein schlechter Account, aber ich würde zusehen, dass er wirklich mal die unteren Ränge hochgepusht werden. Der nächste Account ist TLS Elite und er hat eine 9er Siege-Serie. Max hat ja nicht so viele Siege und 20 Brawler. Und ja okay, perfekt. Er hat wirklich, er hat sogar einen legendären, okay das ist krass. Und er hat nur Shelly wirklich auf Power 11 und 851 Pokalen. Okay, auf jeden Fall krasser Account würde ich sagen. Und einfach weil er so cursed ist, kriegt er von mir, ja sagen wir eine 2. Der Light-Count auf jeden Fall. Der nächste Skin hat 35.000 Trophäen. Er hat fast alle Brawler und 3533-Siege, paar tausend Solo- und Duo-Siege. Und er hat auf jeden Fall Leon auf 27, 26 für Amito, 25 für Edgar, 27 für Larry Lurie, aber der ist ein bisschen gedroppt. Okay, wir schauen mal nach unten. Er hat auf jeden Fall auch noch einige zu pushen. Da hat er auf jeden Fall noch ein paar mehr Trophäen. Aber eigentlich ganz nice der Account, deswegen kriegt er eine 2-. Der nächste ist Fabo Mabo und er hat 28.000 Trophäen. Er hat 2.500 3-3-Siege, 12-3-Siege Serie Marks und über 1.000 Duo-Siege. Er hat auch alle Brawler. Okay, seine höchsten sind Shelly und Larry Lurie auf 23.000, krass. Aber er hat auch wieder einiges an Potenzial hier. Man sieht, er hat da noch nicht alle auf 500. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen noch zu machen. Ansonsten gar nicht so ein schlechter Account. Kriegt von mir auch eine ganz solide 3. Pommel Eilauf ist der nächste. Hat fast 5.000 3-3-Siege, auch 1.300 Solo-Siege, 1.000 Duo-Siege, 16er-Siege Serie Marks und alle Brawler. Und sein Höchster ist AdDrop 860, stark auf jeden Fall. Andere 25er, ja doch, Shelly hat er auf 26 gehabt. Okay, und er hat fast alle auf Rang 20. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, kein schlechter Account. Klar, ein paar mehr. Höhere könnten schon sein. Deswegen kriegt der Account von mir so eine 2. Der nächste, Smokecry, hat 36.600 Trophäen, hat 3.300 bis 3.700 knapp, 1.500 Duo-Siege und so. 1.500 Solo-Siege, 1.800 Serie-Siege Serie Marks und fast alle Brawler. Ja, okay, krass. Er hat auf jeden Fall hier 900er Larry und Laurie, was krass ist. Miko hat er auch auf 25, Dynamite, Edgar, Kid, Crow, Nice. Wir schauen mal nach unten. Ja, okay, er hat auch einiges noch zu tun. Die alle noch auf 500 und dann ist der Account auf jeden Fall viel besser. Ja, der Account ist auch nicht schlecht. Tritt von mir so eine, ja, weil er so einen hohen hat, nochmal so eine 2-. Der nächste ist Mountain, er hat 57.000 Trophäen, hat über 10.000 3.300 Siege, 2.000 Solo-Siege und 1.300 Duo-Siege. 19er-Siege Serie Marks und alle Brawler. Sehr stark schon mal. Und er hat wirklich auch einen Rang 30er Larry und Laurie. Auf jeden Fall schon viele 28er, sehr, sehr nice. Richtig starker Account auf jeden Fall. Sehr, sehr viele 25er noch und ein paar 23er nur noch übrig. Richtig krasser Account. Ich würde sagen, der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Keinesfalls, deswegen kriegt er von mir so eine 1-. Minus, der nächste ist Player X und er hat 27.000 Trophäen, hat über 1.000 3-3-Siege, über 1.000 Solo-Siege. Er hat eine 11er-Siege-Serie Marks und alle Brawler. Okay, krass, er hat auf jeden Fall auch noch einen 27er, zwei Stück sogar. Shelly und Larry und Laurie. Hat sich durch Surge auf 683. Ja, okay, sieht schon mal nicht schlecht aus. Aber ja, wie vermutet, er hat auf jeden Fall noch viele Brawler, die er noch auf 500 bringen muss. Ich glaube, wenn er das machen würde, wäre es auch ein Geistcrunker Account. Ähm, deswegen kriegt der Account von mir, ja, so eine 3. Eine gute 3. Der nächste ist High, er hat 24.000 Trophäen, 2.600, 3-3-Siege, 17-Siege-Serie Marks und 60 Brawler. Okay, krass, er hat auf jeden Fall ein paar 800er. Sehr, sehr nice. Also noch ein paar 600er. Aber ja, er hat auch wirklich viele unter 500. Das musst du auf jeden Fall noch fixen. Dann ist der Account auf jeden Fall noch mal viel besser. Und der kriegt von mir auch so eine, ja, so eine 3, sagen wir so. Eine 3. Der nächste ist MTM David, er hat 36.600 Trophäen, über 4.000 3-3-Siege, über 1.000 Solo-Siege. Er hat eine 9er-Siege-Serie Marks und 73 Brawler. Okay, krass, er hat Shelly auf 850, Bas auch auf über 800, hat die 25er-Fan, okay. Auf jeden Fall einige 25er, 26er, nice. Viele über 20, aber auch viele noch unter 20, die noch hochpushen und dann sehr geiler Account. Also tritt von mir auch, ja, die Duse 2. Der nächste ist XSL Mert und er hat 23.900 Trophäen auf 58 Brawler, 19-Siege-Serie Marks, 2.000 3-3-Siege und er hat ein 25er, gerade noch aktiv. Dann hat er noch Spyder auf 25, Shelly, ja, wie vermutet er, er hat auf jeden Fall noch einige zu pushen, könnte er aber noch schaffen. Also, ja, kein schlechter Account, tritt von mir so eine 3, geht noch ein bisschen besser hier unten vor allem, aber ist jetzt nicht schlecht. Das war's mit dem Video, der nächste Teil kommt morgen und gerne mal like, der das Mini, mehr Accounts bewährten Videos zu haben wollt.